Ja, also die Siegessäule, wir brauchen die Siegessäule. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen sie jeden Tag und wir können wunderbar den Veranstaltungskalender nachblättern. Es ist ja momentan schwierig mit Veranstaltungen, aber es kommt ja wieder. Und deswegen müsst ihr die Siegessäule unterstützen. Am besten mit Millionen von Goldstücken, die ihr zu Hause gelagert habt. Bitte helft der Siegessäule. Die Siegessäule wird euch auch helfen.